Hey Leute, willkommen zurück. Willkommen zurück. Hallo, hallo. Ja, ja. Wenigstens das Aus-der-Level wollen wir mal schaffen. Hallo, hallo. Das ist es dann. Machen wir es uns nicht uns schwerer. Du warst toll. Ja, wir brauchen eine neue Folge für unser Let's-Play-Channel. Ich glaube meine Fails lad ich diesmal auch bei uns hoch. Oder nicht? Das überlege ich mir noch. Nein, das ist zu viel Gigabyte. Einfach zu viele Fails. Ich bin jetzt bald einmal bei den 200 Folgen, die ich hochlad. Echt? Vielleicht kriegst du bald eine Auszeichnung. Oh nicht left, verdächtig. Vielleicht hast du bald mehr Auszeichnungen als Zuschauer. Das habe ich schon längst. Zumindest von den fixen Abonnenten sowieso. Von hinter uns kommen sie. Von hinten? Ich habe mich in Laster. Ich wollte gerade sagen Laster. Pass auf, ich komme auch noch eine. Ich komme auch noch eine. Ich komme auch noch eine. Stell ich hinter mich. Die steht immer so dapperd, das ist sensationell. Ja. Die steht immer so dapperd, das ist sensationell. Ja. Das war ja BÄM. Ich lag es wenigstens nicht mehr. Ich lag es wenigstens nicht mehr. Mach mal hin, los komm! Ja. Wuuu. 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 Also wir haben da Brandmoni. Macht irgendwer aufstellen? Wuuu. Ja, ich störe es auf da. Was ist das? Okay, Sprengmoni. Warum? Hat. Ah, wenn man zu knapp dran ist und schießt, dann verletzt man sich selbst. Echt? Aber nur mit der Spreng-Money sonst nicht. Na witzig. Ja, ich hab grad ziemlich viel verloren. Da ist Muni. Irgendwo da ist wieder der Smoker. Ich überleg grad wo. Da oben. Gut. Ich lauf wieder meine paar Meter vor. Ich brauch jetzt jemanden mit Special-Skills. Ah stimmt! Das ist aber wirklich neu. Was? Dass... Wenn jemand zu nah an dir dran ist und du schießt. Das ist neu. Das war vorher noch nicht. Bis man gegen ihn kommt. Macht nix. Stirb ich nur dran. Jeder schnappt den Hör. Jetzt schmier ich da nicht. So, du meinst für einen Angriff ist das jetzt ein super Platz? Ja. Wenn wir uns alle da in die Mitte rein hocken. Wir haben einen so einen Ding. Ja. Na, spartan. Ja, da hat man alle rein. Einer schaut unten raus. Ich schau nach hinten. Ich... Ich muss die Treppe ab, die sie im Auge behalten, gell? Ja komm, erst mal was aussehen. Gut, dann hauen wir aber ab von da. Super, das hat sie ausgeschlossen. Ah, der... Ah nein, das ist die Urschel. Die Zunge schau, wo ist auf dich? Ganz unten. Shit! Wo bist du hier? Warum liegst du da unten? Ja, wegen dem Smoker. Ja. Oh. Ja, ich versuche eh schon hinzukommen, aber... Ich weiß nicht einmal wo du liegst. Und? Oh Gott, Boomer. 75, jetzt könnte es mal... Ja, ich liege am Boden hinter dir. Also... Lade! What the fucking hack ist jetzt gerade gewesen, Herr? Ah, du bist runtergeflogen, das war das Problem. Da unten ist die Witch. Da haben wir... Wo ist die Witch? Da ist Adrenalin in dem Raum. Ich sehe schwarzweise, ich muss mich heilen. Ja, ja. Okay. Jetzt brauche ich ein wichtiges Starkungsmittel. Woops, Türe zu. Sehen wir mal oben nach. Oben, oben, oben. Ich komm schon durch. Okay, die Witch haben wir nicht. Haben wir am Ende, genau. Wieso die Witch ist ja dicht am Boden unten böse. Ah, am Tank wollte ich sagen, haben wir dann am Ende. Ja. Was mir ehrlich gesagt weniger freut. Was? Achtung! Ah! Vorsicht! Ich... Wie geil war das gerade? Ich habe durch deinen Kopf... ...an Zombie erschossen. Durch meinen? Nein, nein. Durch... Durch... Alex, durch. Geil, ja. Alex, wo bist du? Warum bist du nicht bei uns? Na, ich habe mir da Tabletten kurz schnell. Ganz halt, Adel. Gut, gehen wir weiter einfach. Hier rein! Ich gehe immer falsch. Das tut's. Noch nicht hinüber. Aber auch nicht gerade fit. Durchs Fenster. Da kommt sicher gleich ein Angriff. Eben, deswegen gleich da rein. Ich lege es da vor die Tür. Erst. Oder? Jockey irgendwo. Richtig große Scheiße, das Ganze. Stell mich dann aufs Bett und zünn es an, wenn irgendwas kommt. Ach, jetzt sehe ich nichts. Noch nicht schießen auf das Ding, gell? Nein, nein, nein. Keiner schießt auf irgendwas. Ich glaube, das können wir uns sogar mitnehmen. Wer hat denn da eigentlich die Tür aufgemacht? Die ist kaputt. Die ist kaputt, ne? Nein, die hintere Tür. Die Klo-Tür quasi. Ach so, das war ich hier. Ja. Ja. Darf schon nicht machen, weil wahrscheinlich wegen die... War sche. Wegen irgendwie das Respawn. Genau. Ich würde nur schauen, ob Tabletten drin sind. Aber das ist ein Blödsinn. Man sucht überall Tabletten. Hey, wo ist die Kiste? Ich habe sie nach unten geschmissen, glaube ich, oder? Nein, ich habe sie da hergehauen. Kann das sein, dass die, wenn der Puma kommt, dass die wegfällt? Ja, ja. Wird sie. Ah, da unten ist sie, ja. Oh, oh. Helft ihr mir? Wo? Ich muss gerade ganz was anders schauen. Beschützt mich mal ganz kurz. Ich muss mich was schauen. Was steht da? Fuck. Leute, ich komme gleich wieder. Entschuldigung. Komm, jetzt bist du eigentlich mal in den Glassen. Ich komme gleich wieder zu euch. Ich muss noch wasch was holen. Das habe ich ja mal richtig verkackt. Aber das Fuhren ist die Höcks. Aber schießen wir es an. Die ist urweit weg. Ja, warte mal. Schauen wir mal, wo ich gerade bin. Ich komme gleich wieder. Okay. Nein, das ist genau. Scheiße. Aber die will eh zu mir. Schieß es rauf. Geht schon, komm. Bäm, 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 bäm. Und jetzt gehen wir weg da. Das ist schön. Ja, war das nicht cool. Aber echt, ja. Da, ich habe Rond-Munition für euch. Na wohl, Nadic. Was muss ich unten machen? Ja, das könnt ihr eigentlich gar nicht machen. Wurscht. Gehen wir weiter. Jawohl. Ich komme wieder zu euch, weil wo ich bin, ist das unsicher. Ja, jetzt ist Angriff. Wow, fuck. Ich bin wieder weg zu euch. Na geh. Jetzt war ich gerade noch in so einer guten Position. Ach so. Ach scheiße, das war jetzt verkackt. Boah, du hast dein Schwert. Mhm. Warum glaubst du, bin ich da umgegangen? Hast du das gesehen? Ja. Wozu hat man denn den Sniper? Ich muss mich heilen. Damit man... Ich bin Gordon Freeman. Also eigentlich Gordon Freeman. Hunter! Gordon Freeman. Alter, wieso wird so wenig? Ich habe ihn sogar als Desto-Hintergrund. Das ist ein urgeales Bild, das muss ich euch schicken. Was? Wo er so serious da steht, oder? Nein, nein, ich habe so ein cooles... Nein, ich schick's euch dann, okay? Bitte, bitte. Wutsch, Marocke. Ja. Und... Du musst jetzt aufpassen. Hehehe. Er lacht. War gescheit, gell? Extrem. Ja, und sie ist voll reingegangen, glaube ich, oder? Ja, sie ist behindert. Das ist ja lustig. Ja, Hilfe. Schießt runter. Wo ist er jetzt? Hey. Nein, nein, nein. Und ihr dürft sich nicht einmal hupfen, gell? Nein, nein, nein. Das coole ist, dass die Zombies auch nicht drauf kommen. Doch. Und weiter geht's. Runter, gleich schon runter. Ganz unten bis zum Boden runter. Von unten? Von unten bis nach oben? Ja. Weißt du, jetzt hat er mich genau richtig zu charge. Oh, Hilfe, er hat da. Okay, die können wir nicht mehr retten, du liegst da oben. Cool. Außer der... Alex ist noch eine Spur höher oben und kann die retten. Nein, ich bin schon bei dir hinter dir. Achso. Richtig idiotisch hierher sogar. Na, passt. Wir laufen. Jetzt schon zum Ziel. Ich sage euch, wie es ausschaut. Also, ich kann's ja gar nicht sagen. Könnt ihr mich niederschießen, bitte? Erschießt mich, dann kann ich euch... Du liegst schon jetzt. Warte, Alex, da ist in der Ecke. Es kommt durch Angriff. Moment, Idee. Warte mal. Oh, Hilfe. Passt schon. Ich sterbe eh schon. Ja, sie geht schon wieder so langsam. Ja. Ich überlege gerade was. Einfach an Rush zum Ende. Ja, ich würde an deiner Stelle jetzt rushen. Alright. Ja, Rush, du. Ja, Alex, wo bist du? Ja, da war's a scheiß Jockey. Danke. Hm. Bitte. Bis zum nächsten Mal.